Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. Ich wollte gerade sagen, das ist mein Daylight, aber das ist es heute gar nicht. Denn heute geht es um, lasst mich nachschauen, Okkult Stop the Darkness Together. Auch wenn ich nicht together war, sondern alleine. Aber ich möchte euch heute gerne meine erste Runde in Okkult zeigen. Ja, viel mehr sage ich gar nicht. Es ist ein bisschen was zum Gruseln. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Ist eine Stream-Aufzeichnung, deswegen mit Kamera. Und ja, habt viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ein bisschen nervös. Du wirst verfolgt. Versteck dich in einem der Schränke. Die erste Errungenschaft freigeschalten. Wir gucken uns das mal an. Wenigstens einmal. Ich bin ein bisschen nervös. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Es sind ja bloß 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aufgaben. Oh, Gleichgewichtssinn. Das ist immer unangenehm. Da wird er mir auch so schnell schlecht und so. Eine gute Besserung, Madeline. Also, Tod durch Dampf. Kohlesäcke in den Kessel werfen. Acht Stück. Öffnen Sie die Ventile. Fünf Stück. Achso, ich kann quasi auswählen. Entweder Tod durch Dampf oder den Fluch aufheben. Ist das richtig? Oder legen Sie die Scherben in den Spiegel ein. Spinnenopfern. Habe ich schon eine von fünf? Und setze den Schädel in das Pentagramm. Muss ich mir das jetzt merken? Oh. Oh, es wegt sich ja hier schon. Okay. Die Maus ist sehr empfindlich. Okay. 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 Kann ich unendlich lange rennen? Von der anderen Seite blockiert. Oder muss ich hier auf Stamina achten? Was ist denn das Weiße da? Also, fliegt da. Entschuldigung. Oh mein Gott. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh mein Gott. Entschuldigung. Ähm. Ähm. Ich glaube, ich gehe zum Auto zurück, oder? Ja. Ich dachte, ich kann dort reingehen. Mann. Puh. Okay. 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 Was muss ich ihnen gegen die machen? Kann ich was gegen die machen? Ist der jetzt immer noch hier drin? Ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Was ist das hier? Ach, das ist so eine Spinne. Die hat einen Schlüssel getragen. Okay. Jetzt kommen wir hier rein. Will dort aber nicht rein. Wir hier rein. Und ist der jetzt immer noch da, der Dude? Gut. Okay. Okay. Natürlich, Schlüssel aus dem Lager benötigt. Ja, wir kommen jetzt hier gar nicht weiter. Lag hier was? Ich glaube... Weiß nicht, ob ich... Aber das kann ich nicht mitnehmen. Nee. 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 Ich gehe von aus, dass jetzt dort unten niemand mehr ist. Aber wir könnten auch dort durchs Fenster, wo die Tapete tanzt. Was ist das hier? Das ist der Brunnen. Schönen Sonntag noch, Susi. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ach, das ist so ein Schrank. Läuft jemand? Aber mehr kann ich hier nicht machen, oder? Ich kann kein Licht anmachen. Ich kann auch hier nicht raus. Okay, kommt die jetzt hier wieder? Aber ich komme hier nicht rein, glaube ich. Ich muss hier vorne rein. Okay. Ich möchte dich vor, was ich sowin? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich habe drei kohle säcke von acht nicht links die aufgabe mache ich dachte hier ist irgendwas womit ich mich wehren kann spiel glitscht manchmal ein bisschen rum ok wir müssen wieder in das haus wir haben keine wahl was das möchte ich ja nicht weg machen gehen wir erst hier lang wurde das licht durch die tür scheint da gehen wir hoch das ist jemand so 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 Die läuft doch hier draußen lang, die kann ich ja nicht aufmachen. Okay, wenn der dann wieder hinter geht, gehen wir, gehen wir rum. Okay. 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 Ein Keller? Wieso geht die Treppen so schnell? Oh, hier ist der Ofen. Ist hier der Ofen? Ich will mich doch hier nie wieder raus. Hier sind die Ventile, oder? Was soll das? Gut, komm ich nicht lang. Aber hinten an den Stromkasten konnte ich auch nix machen. Nein, 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 nein Ich glaube, ich bin halt auch voll laut, wenn ich renne. Ach, das ist die Tür hier. Da werden wir auch gar nicht reing... Warum lagert meine Taschenlampe? Oben läuft einer lang. Oh, mein Gott, Hilfe! Du kommst doch jetzt nicht bis zum Auto mit. Nein, 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 nein. Bin ich tot? Und jetzt war das alles umsonst? Und jetzt war das alles. during das era.